Herzlich Willkommen zu HUA 20 Uhr Folge Hey Leute was geht auf euch? Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge Herzlich Willkommen zu FIFA Mobile 21 Schön, dass du wieder eingeschaltet hast Wir werden heute Ja, ihr habt es gestern schon mitbekommen Wir werden heute Alexis Sanchez Packs Nummer 3 und Nummer 4 öffnen Das heißt, heute ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher als gestern Gestern, falls ihr es nicht gesehen habt, habe ich ihn gezogen Nicht Aber ich wollte euch mal ein bisschen Hops nehmen hier Vielleicht habe ich den ein oder anderen Hops genommen, weiß ich nicht Auf jeden Fall ist die heutige 20 Uhr Folge auch wieder ein bisschen kürzer Die nächsten werden wieder länger Aber ich habe mir gedacht, komm bei diesen 2 Folgen muss ich jetzt hier nichts künstlich in die Länge ziehen Wir öffnen die Packs Ich habe es aufgeteilt in 2 Folgen, weil ich halt im Voraus ein bisschen aufnehme Weil ich ja derzeit, wenn ihr diese 20 Uhr Folge seht Bin ich derzeit gerade noch in Köln Aber es geht bald los nach Griechenland Glaube ich So, oder? Die Folge müsste Montag kommen, oder? Ich weiß es gar nicht Ich bin so durcheinander Egal, Hauptsache wir ziehen heute Alexis Hauptsache wir ziehen Alexis Sanchez Das wäre absolut geil Loll, man kriegt 40 Galeriepunkte Okay, dann können wir damit direkt weitermachen dann Dann können wir mit diesen Galeriepunkten direkt die nächsten Packs öffnen So ein Ding ist das Aber jetzt erstmal Alexis ziehen Jetzt erstmal Alexis Jetzt erstmal Alexis Jetzt erstmal Alexis Pack Nummer 2 Direkt hinterher Direkt hinterher Gönnen können Nein EA EA Ihr seid doch lächerlich, Mann Ihr seid so frech Ihr seid so frech zu mir Hättet ihr jetzt nicht mal hier im Urlaub gönnen können So gefühlt, ne? Mama mia Ich öffne hier die nächsten Packs Wir können heute nämlich ein Kris Kito 1 Million Münzen und 52.000 Erfahrungspunkte ziehen Und einen Kris Kito würde ich gerne mitnehmen Und deswegen, ja Habe ich mir gedacht Gönnt eigentlich unten in der Reihe Meistens, ne? Aber unten in der Reihe hat nichts gegönnt Unten in der Reihe hat nichts gegönnt Keine Belohnung unten in der Reihe Gab es sowas schon mal? Gab es sowas schon mal? Das ist auch Fake von EA Das kann nicht sein Das kann nicht sein, Alter Ich habe hier fast die Hälfte jetzt komplett geöffnet Und nicht eine Belohnung bis jetzt Hört doch mal auf mit Guckt doch mal das an hier Guckt euch das mal an Ja, Kris Kito, da ist er doch Moin 95er Kris Kito im Pack hier Dann holen wir noch Ja komm, jetzt bin ich schon dabei Jetzt hole ich mir noch die Millionen Münzen Und dann hole ich mir noch die Erfahrungspunkte Würde ich sagen Wenn wir jetzt hier schon dabei sind Können wir das dann auch hier durchziehen So, zack, dann noch hier Hier und da und hier und dies Jawohl, die Millionen Münzen sind am Start Und hier nix Oben rechts in der Ecke Oben rechts im Eckenhänger hier Eckenhänger Eckenhänger Oben links probieren wir Eckenhänger Ich sag's euch Eckenhänger, Eckenhänger, Eckenhänger Ja, Eckenhänger Eckenhänger Ich hab es Gerochen Und standardmäßig Werden wir die 20 Uhr Folge beenden Mit einem saftigen Versus Angriff spielen Nein, nicht Wochenendsturnier Da hab ich nämlich kein Bock drauf Ich spiel ganz normal Versus Angriff Und versuche einfach 15, 16 Tore zu machen So, da wird ein Schuh draus, Jungs So wird ein Schuh draus Und nicht anders Wir gehen rein Und mal schauen Was der Gegner hier noch Für eine Mannschaft So am Start hat Was er hier zu bieten hat 155er Team Nicht schlecht Aber wir haben natürlich Deutlich die besseren Chancen Und somit werden wir Dieses Spiel gewinnen Die Frage ist Wie hoch wir das Spiel gewinnen werden Ich hoffe Dass es mal wieder ein Spiel wird Wo wir halt die 15, 16 Tore reinballern Aber das ist halt Das weiß man nicht Das weiß man nicht Ich hier mit den schönen Königstrikots Die sind sehr, sehr, sehr geil Die sind sehr, sehr geil Eto Ist auch ein schönes Törchen Oder ein geiles Törchen David Beckham Freistoß Hatte ich schon lange keine Freistoße mehr Kann das sein? Sind wir 2-0 Jetzt hier durch David Beckham Kommt Eto Keine Fehler machen Weil Wenn man 15, 16 Tore machen möchte Darf man sich keine Fehler erlauben Und Das sieht auch erstmal gut aus Eto Jawohl 5 Tore nach 30 Sekunden Schmeckt Schmecki Schmeckldi Schmeckldi Schmockt 6-0 Dann Eto Mit dem 7-0 Eto Nochmal Eto Nochmal Eto Jawohl 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 Achtes Törchen Neuntes Törchen Er schickt Er schickt einfach Einen Daumen nach unten Aaaaa Aaaaa Junge Wattentyp Wattentyp Komm David Junge Wieso schickt er Ich schicke den hier Hihi Das ist herrlich Leute Das ist so herrlich Das ist so herrlich Und hier läuft gerade So eine kleine Flieger Auf meinem Tisch lang Deswegen habe ich So nach unten geschaut Komm Ronaldinho Let's go 13 Leute Das könnte ein Rekord werden Komm 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 Gönn 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 Abfahrt 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 Zieh durch Zieh durch Zieh durch Der denkt auch Er spielt gegen den Hacker Oder was 15-0 Ja Na Was für eine Parade WTF Das hätten 17 Tore werden können Jetzt wären es nicht mal 16 Jetzt wären es nicht mal 16 Wegen dieser Glanzparade Des Keepers Und es ist ein 15-1 Gewonnen am Ende Leute Das war's Für die 20 Uhr Vollgelassen Wir sehen uns morgen wieder Morgen mit einer Challenge Manage Freut euch drauf Ich bin raus Und bis zum nächsten Mal Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski Vielen Dank.